Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kritisch gesehen. Heute sprechen wir über die erste Staffel der Serie Tulsa King. Als großer Fan von Sylvester Stallone war ich gespannt, wie er in seiner Rolle als Mafia Capo Dwight Manfredi abschneiden würde. Nun, ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Die Serie ist unterhaltsam, spannend und hat eine großartige Inszenierung. Lass uns gemeinsam Tulsa King kritisch betrachten. Tulsa King ist eine unterhaltsame und spannende Serie, die von Sylvester Stallone in der Rolle des Mafia Capo Dwight Manfredi geleitet wird. Dwight wird von der New Yorker Familie in die amerikanische Provinz geschickt, um dort ein neues Business aufzubauen, aber er ist nicht begeistert von seiner neuen Aufgabe. Er hat seinen Kopf für die Familie hingehalten und soll nun auf ein Abstellgleis geparkt werden. Trotzdem nimmt er den Auftrag an und beginnt sich in Tulsa einzuleben. Die Serie wird von Taylor Sheridan und Terrence Binter, den Schöpfern von Yellowstone und Boardwalk Empire, inszeniert und erzählt die Geschichte von Dwight unaufgeregt und mit vielen kleinen Nuancen. Stallone muss nicht viel tun, er muss einfach er selbst sein und die Serie nutzt viele Klischees und klassische Elemente, um eine unterhaltsame und charmante Geschichte zu erzählen. Dwight streift durch Tulsa und mischt die Nachbarschaft mit seiner direkten und unvermissverständlichen Art auf, wodurch er nicht nur die Sympathie der Zuschauer, sondern auch die von immer mehr Menschen in der Serie gewinnt. Die Handlung ist natürlich ein bisschen durchsichtig, aber die Liebe zum Detail in den Charakteren, den örtlichen Gegebenheiten und der Inszenierung machen das locker wett. Es gibt Momente, an denen die Serie falsch abbiegen könnte, aber die Showrunner und Autoren haben stattdessen tolle Einfalle. Dwight lässt die alte Familie quasi auflaufen und vergrößert stattdessen seine eigene Familie und seinen Einfluss in Tulsa. Dabei versammelt Manfredi auch merkwürdige, aber von den Machern sehr interessant gestaltete Charakter um sich, die seine Familie zu einem bunten Haufen machen. Dwight bekommt natürlich Stress mit der New Yorker Family und dem örtlichen Platzhirsch einer Biker Gang. Die Serie bleibt durchgehend unterhaltsam und charmant, auch wenn es manchmal harte Momente gibt. Auch die Ermittlungsbeamten, die in anderen Filmen und Serien oft so als etwas flach und unbeholfen dargestellt werden, haben eine überraschende Rolle in Tulsa King. Die Serie zeigt auch die härteren Zeiten von Dwights Charakter, um zu signalisieren, dass er ein Schwerverbrecher ist. Es gibt Momente, an denen die Serie in Gefühlsduselei versinken oder sich auf Dwights Tochter konzentrieren könnte, aber die Autoren haben stattdessen tolle Ideen, um die Geschichte interessant und spannend zu gestalten. Das Finale der Staffel ist offen gestaltet, aber funktioniert, auch wenn der Stecker von Paramount gezogen worden wäre. Insgesamt ist Tulsa King eine tolle, charmante Serie, die viele klassische Elemente und Klischees nutzt, um eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung und kann jedem ein Rewatch empfehlen, um auch noch weitere Details der ersten Staffel aufzusaugen. Für mich ist die Serie Tulsa King eines der Highlight-Serien des Jahres. Und das nicht nur, weil ich persönlich ein großer Sylvester Stallone-Fan bin. Insgesamt ist Tulsa King eine spannungsvolle und fesselnde Serie, die eine charmante Hauptfigur und viele klassische Elemente nutzt, um eine abwicklungsreiche Geschichte zu erzählen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, die nächsten Schritte von Dwight Van Fredy in der Provinz von Oklahoma zu verfolgen. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde, das war's heute mit kritisch gesehen und der Analyse von Tulsa King Staffel 1. Ich hoffe, ihr habt die Episode genossen und konntet ein paar interessante Einblicke gewinnen. Vergesst nicht, eure Meinung zur Serie in den Kommentaren zu hinterlassen. Bis zur nächsten Folge, bleibt kritisch und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bis zur nächsten Folge.